Die Mechaniker legen geschäftig letzte Hand an, denn von der Präzision einer Einstellung hängt vielleicht der Sieg ab. Und der Sieg in diesem Rennen ist wirklich von äußerster Bedeutung. Und die Mechaniker hantieren lebhaft an den Wagen. Der Mustang von Patt musste halten. Hane ist vor Glemser in Führung gegangen. 16 Uhr. Das Feld ist auf der Reise. Hane auf seinem BMW ist angefahren wie ein Blitz. Sprachlos sieht man zu, wie die Fahrer ihre Wagen in die Réunion-Kurve hineinschleudern. 6. August 1966. Hubert Hane gewinnt auf BMW 2000 Ti gegen die Tourenwagen-Elite der Welt und stellt einen neuen Rundenrekord für Serientourenwagen aller Klassen auf.